Bei uns zu Hause kenne ich eine Quelle aus der kommenden Wasser, der schmeckt ein bisschen besser als anderes Wasser. Wenn ich nun das Wasser in Flaschen abfüllen würde und der Flasche eine besondere Form geben würde und das Etikett bunt mit originellen Buchstaben verzieren würde, dann... Du bist auf dem richtigen Wege, Timthaler. Die Menschen würden dir das Wasser mit Begeisterung aus der Hand reißen, schon nach drei Tagen könntest du die Preise erhöhen. Ist ja fantastisch. Und das Wasser kommt nur aus einer Pumpe in unsere Straße. Aktion Wasser. Wir werden eine Flasche herstellen, die gut in der Hand liegt und von angenehmer Farbe ist. Wir werden Handsettel, Plakate, Fernsehspots haben. Wir werden den Menschen ihre Wünsche und ihre Sehnsüchte nach der guten und reinen Natur erfüllen. Sie müssen es geradezu auf der Zunge spüren, welchen Dreck sie bisher getrunken haben. Wir werden eine Abfüllanlage konstruieren und sie vollautomatisch steuern. Wir werden Gleisanschlüsse haben und einen Großflughafen in der Nähe. Und woher nehmen sie das Wasser? Aus der Leitung, Timthaler, aus der Leitung. Aber die Pumpe in unserer Straße? Die interessiert keinen. Es ist ein Jammer, dass du nicht lachen kannst. Dein Gesicht, voller Herzlichkeit und Bersten vor Freude auf dem Etikett und die Leute werden kaufen. Kaufen. Nestle Pure Life. Pure Life begins now. Die Technik von oben auf dem Schenw premarfen. Vielen Dank.